Das hab ich gemacht. Nur für dich, Rarity. Ganz genau. Das ist ein Eiscreme-Haus. Mit Schokoladenziegeln. Na Marshmallow-Garage. Oh? Twilight? Oh, Hi-Spike. Es ist mitten in der Nacht. Warum trabst du so auf und ab? Ehrlich gesagt weiß ich gar nicht, wie du zu so einer Zeit schlafen kannst. Um 3 Uhr morgens? Es ist schrecklich. Es ist furchtbar. Es ist tragisch. Äh, das versteh ich nicht. Was ist denn los? Hier. Verstehst du jetzt, was los ist? Haben wir vergessen, den Baumpflanztag zu feiern? Nein. Das Problem ist, ich hab gerade meinen Plan für diesen Monat gemacht. Aber ich hab vergessen, Zeit für die Planung des nächsten Monats einzuplanen. Verstehst du denn nicht? Es bleibt keine Zeit in meinem Terminkalender für einen weiteren Plan. Ich könnte mein Treffen mit dem Heu-Aufsichtsrat von Ponyville auf nächsten Dienstag verschieben. Aber dann müsste ich mein Mittagessen mit Pinkie Pie verlegen und du weißt, wie schlecht sie im Planen ist. Das ist eine absolute Katastrophe. Das bringt mein ganzes Jahr durcheinander. Mein Eiscreme-Traum war so schön, wär ich bloß nicht aufgewacht. Oh mein Gott. Ich glaub, ich hab's. Wenn ich es schaffe, die Kunst der Unsichtbarkeitszauber und Dorlofs Kurzfassung der Geschichte von Canterlot gleichzeitig zu lesen, gewinne ich dadurch eine halbe Stunde für die Planung. Hä? Was ist denn jetzt los? Twilight, du musst mir zuhören. Wer bist du? Ich meine, du bist ich, aber ich bin auch ich. Wie kann es zwei von mir geben? Das ist wissenschaftlich gar nicht möglich. Du bist wissenschaftlich gar nicht möglich. Twilight, bitte. Ich hab eine sehr wichtige Botschaft aus der Zukunft für dich. Du kommst aus der Zukunft? Genau, jetzt hör zu. Was ist mit dir passiert? Die Zukunft scheint ja furchtbar zu sein. Bitte. Ich hab nicht viel Zeit. Gibt es in der Zukunft vielleicht sowas wie einen furchtbaren Ponystreit? Ehrlich gesagt komm ich vom nächsten Dienstagmorgen, aber das spielt jetzt keine Rolle. Ich kann gar nicht glauben, dass Zeitreisen wirklich möglich sind. Wie hast du... Ich meine, ich. Wie hab ich das rausgekriegt? Die Zauber sind in den Archiven von Canterlot. Aber das ist nicht... Wirklich? Wo? Die hab ich noch nie gesehen. In der Starspool der Wärtige Abteilung. Aber jetzt hör mir endlich zu. Machen Zeitreisen Spaß? Oder tun sie weh? Ich hab ja so viele Fragen zu... Ich muss dir etwas extrem Wichtiges über die Zukunft sagen und ich hab nur noch ein paar Sekunden Zeit dafür. Also jetzt hör zu. Was auch immer du tust. Zukunft Twilight. Oh nein. Wovor wollte sie mich nur warnen? Ihre Kleidung, ihre Mähne, diese Narbe. Oh, sie hat furchtbar ausgesehen. Ich meine, also ich. Was wird mit mir geschehen? Was auch immer Schreckliches in der Zukunft passieren wird, ich soll es sicher verhindern. Ach, komm schon, Fluttershy. Die Party kann erst anfangen, wenn die Sachen für die Party alle im Haus sind. Ich helfe dir sehr gern. Aber kann ich nächstes Mal die Ballons treiben? Hör zu, meine Ponys. Ich habe euch etwas wirklich Wichtiges zu sagen. Hört auf zu lachen, ich mein's ernst. Uns steht eine große Krise bevor. Mein Zukunfts-Ich hat mir gerade einen Besuch abgestattet. Das ist kein Witz. Mein Zukunfts-Ich hat versucht, mich vor einer schrecklichen Katastrophe zu warnen, die irgendwann vor nächsten Dienstagmorgen passieren soll. Was für eine Katastrophe. Keine Ahnung. Ich wurde zurück in die Zukunft gesogen, bevor ich es erklären konnte. Hängt um euer Leben. Was sollen wir denn nur tun, Twilight? Wie sollen wir eine Katastrophe verhindern, wenn wir nichts darüber wissen? Wir müssen einfach zusammenarbeiten, damit uns nichts passieren kann. Rainbow Dash, du und die anderen Pegasi verteilt euch über ganz Equestria und achtet auf alle Probleme, die zu einer Katastrophe führen könnten. Und ich meine wirklich auf alle. Wird gemacht! Alle anderen Ponys... Will sonst noch ein Pony mit mir in Panik geraten? Nein? Alle anderen Ponys machen Equestria mit mir katastrophensicher. Was für ein Pony mit mir? Wunderschönen, bis zum Beispiel an die anderen Gesackle. Ich glaube, das ist ein Pony mit einem Kic-Fern stoppen. Erledigt, erledigt und erledigt. Applejack, was ist mit dem Wald der ewigen Magie? Das Gebiet ist gesichert. Sehr gut. Und mein Team hat von Philadelphia bis Las Pegasus Entwarnung gegeben. Ausgezeichnet. Gut, wir haben alles auf der Liste erledigt. Aber trotzdem, mein Zukunfts-Ich sah aus, als hätte es etwas Furchtbares durchgemacht. Ich werde das Gefühl nicht los, dass wir nach was Größerem als lockeren Schrauben und undichten Rohren suchen müssen. Okay, alle Ponys hergehört. Tut das, was ich tue. Was ist das für ein Ding? Das ist Cerberus. Er bewacht eigentlich die Tore von Tartaros. Aber wenn er hier ist, dann können all die bösen Kreaturen, die dort eingesperrt wurden, fliehen und Equestria zerstören. Equestria zerstören? Genau. Ist das nicht toll? Hey, Cerberus. Du brauchst wohl mal ein bisschen Gehorsamstraining. Magisches Gehorsamstraining. Oh, du bist ja so ein süßer, dreiköpfiger Hund. Wow. Ich wusste, dass du gut mit Tieren kannst, aber das ist unglaublich. Ach, er ist doch nichts weiter als ein großes Fellknoll, das von zu Hause weggelaufen ist. Hab ich recht, Cerberus. Ja, du bist ein braver Junge. Pinky? Ja, Twilight? Hast du einen Ball, den ich mehr leihen kann? Ja, ich habe über alle Ponyville Bälle versteckt. Sollte es mal einen Ballnotfall geben. Hey, Cerberus. Sieh mal, was ich hier habe. Ich bringe ihn ganz schnell zu den Toren von Tartaros zurück. Wenn er wieder zu Hause ist, kann es keine Katastrophe geben. Ich wünschte, Twilight würde öfter zu spannenden Abenteuern aufbrechen. Ich habe seit Wochen mal wieder durchgeschlafen. Hey, Twilight. Wie lief es mit Cerberus? Sehr gut. Er war zurück, bevor eine der bösen Kreaturen flüchten konnte. Oh nein. Ganz ruhig. Prinzessin Celestia schreibt nur, dass Cerberus verschwunden ist. Sie hat wohl noch nicht gehört, dass wir ihn schon gefunden haben. Darum geht es nicht. Sondern darum. Um eine Schnittwunde? Also du musst echt härter im Nehmen werden, Twilight. Mach sie einfach sauber und dann ist alles gut. Die Wunde ist an der gleichen Stelle wie die Narbe auf der Wange der Zukunfts-Twilight. Wir haben die Zukunft kein Stück verändert. Die Katastrophe steht uns immer noch bevor. Ich habe Cerberus doch rechtzeitig zurückgebracht. Also wodurch wird dann die Katastrophe ausgelöst? Keine Ahnung, aber vielleicht solltest du mal aufhören, hin und her zu traben. Du hast schon eine Furche in den Boden gelaufen. Ich habe jetzt keine Zeit für deine Vorträge, Spike. Das ist eine ernste Sache. Ich halte Vorträge? Ich habe alles Erdenkliche getan, um die Zukunft zu ändern. Aber es hat nicht funktioniert. Also ist es vielleicht nicht das, was ich tue, sondern das, was ich nicht tue. Wenn ich bis nächsten Dienstag hier stehen bleibe und mich kein bisschen rühre, dann kann ich unmöglich das tun, wovor mich Zukunfts-Twilight warnen wollte. Ist das dein Ernst? Also was auch immer passiert, du rührst dich kein Stück von der Stelle, richtig? Nun, wenn das so ist, stürzt dich sicher nicht, wenn ich einen Heimer voll Eiscreme esse. Das schmeckt so gut. Spike, hör auf! Du kriegst noch Bauchschmerzen. Bauchschmerzen, hä? Das ist das Problem des Zukunfts, Spike. Hey, Twilight, das Pegasus-Pony aus Baltimore ist zurück und hat Entwarnung gegeben. Und, äh... Was ist denn hier los? Willst du ihn nicht aufhalten? Nein, das will sie nicht. Sie will sich bis nächsten Dienstag nicht von der Stelle rühren. Sie glaubt auch echt, sie könnte so die Katastrophe verhindern. Oh, das ist wirklich lustig. Hey, Twilight, da ist eine Maus direkt hinter dir. Warte, warte, warte. Ich versuch's mal. Oh, nein! Was ist passiert? Das tut mir so leid. Das hab ich nicht gewollt. Es war nur ein Missgeschick. Zeigt es mir. Äh... Ich bin mir nicht so sicher, ob das... Zeigt es mir! Oh, nein! Genau diesen Mänen-Schnitt hatte die Zukunfts-Twilight! Weißt du was? Ich finde wirklich, es sieht gar nicht mal so schlimm aus. Ist mir egal, wie es aussieht. Das zeigt auch nur, dass sich die Zukunft nicht geändert hat. Nichts zu tun hat also auch nicht funktioniert. Ich wünschte, ich könnte irgendwie rausfinden, was passieren wird, damit ich es verhindern kann. Du willst in die Zukunft sehen? Es gibt da vielleicht ein Pony, das dir helfen kann. Wo sind wir hier? Hier wohnt Madame Pinky. Madame Pinky? Komm in die Gemächer von Madame Pinky Pie! Du suchst viele Antworten und um die zu finden, werden wir die mystische Kugel des Schicksals befragen. Gefällt dir meine mystische Kugel des Schicksals? Die ist ganz neu. Cool, hä? Ja, äh... Besser geht's ja gar nicht. Nun sieh tief in die Kristallkugel hinein und dann wird sie dir schon sehr bald alles offenbaren. Ah ja, ich sehe etwas. Es ist eine Vision der Zukunft. Ich sehe dich, Twilight. Du bekommst nächstes Jahr ein richtig cooles Geburtstagsgeschenk. Toll, oder? Ja, und sonst? Das ist alles. Bist du sicher? Yep, ich sehe nur ein cooles Geschenk. Pinky, ich brauche deinen sechsten Sinn, um zu erfahren, vor welcher drohenden Katastrophe mich Zukunfts-Twilight wahren wollte. Aber meine Wahrsagerei hat doch nichts mit meinem sechsten Sinn zu tun, du Dummerchen. Und der funktioniert nur bei herannahenden Ereignissen. So wie jetzt, siehst du? Wo kommt denn das Ding überhaupt her? Ich habe Twilight seit dem Blumentopf-Vorfall gar nicht mehr gesehen. Ich hoffe, sie ist nicht sauer. Seit gestern um 0,2 abgewichen. Gewaltiger Anstieg. Oh Mann, das sieht ja überhaupt nicht gut aus. Hey, Pinky. Twilight will wohl unbedingt rausfinden, was sie für ein cooles Geburtstagsgeschenk kriegen wird, richtig? Wen interessiert's? Hauptsache, ich kann weiter Eiscreme essen. Entschuldige Zukunft, Spike. Geht es dir gut? Ach, Pinky. Wie schön, dich zu sehen. Hilfst du mir dabei, das Spiegellinsen-Objektiv meines Teleskops neu einzustellen? Na sicher. Ich habe nachgedacht, nachdem ich bei Madame Pinky war und mir der Blumentopf auf den Kopf gefallen ist. Siehst du den Verband? Sieht wie der aus der Zukunft aus. Schön. Durch den Blumentopf hatte ich eine Erleuchtung. Etwas zu tun ging nicht, nichts zu tun ging nicht und die Zukunft ließ ich auch nicht voraussagen. Also bleibt mir nur eine Möglichkeit. Ich muss alles überwachen. Das ergibt Sinn. Dann bin ich auf alles vorbereitet, was in der Zukunft passiert. Letzte Nacht dachte ich, da wäre was im Pferdekopfnebel, aber nachdem ich drei Stunden lang drauf gestarrt hatte, wurde mir klar, dass ich mich geirrt hatte. Drei Stunden lang? Wann hast du geschlafen? Oh, überhaupt nicht. Ich habe nicht geschlafen, seit Zukunfts-Twilight hier war. Es sind nur noch drei Tage bis Dienstag, dann kann ich schlafen, so viel ich will. Du bist schon viel zu lange wach, Twilight. Ja, Dienstag ist nicht erst in drei Tagen. Dienstag ist schon morgen. Pinky, hast du das Spiegellinsen-Objektiv des Teleskops richtig eingestellt? Ich habe echt keine Ahnung. Ah! Mein Auge! Keine Sorge, Twilight. Ich habe überall in Ponyville Augenklappen versteckt. Sollte es mal einen Augenklappen-Notfall geben. So, jetzt siehst du wie ein Pirat aus. Wie ein müder Pirat mit einem wirklich komischen Mannenschnitt. Die Augenklappe, das ist noch ein Zeichen. Fast alle Zeichen haben sich erfüllt. Ich habe nichts getan, was die Katastrophe verhindert. Wenn morgen Dienstag ist und die Katastrophe Dienstagmorgen passiert, dann gibt es nur eine Lösung. Ich muss ganz einfach die Zeit anhalten. Okay, die Archive von Cantalot sind gleich da drüben. Gehen wir! Äh, ich glaube aber nicht, dass wir hier rumschleichen müssen, Twilight. Es ist nicht verboten, durch Cantalot zu laufen. Wache! Nun macht schon. Na los! Das war knapp. Ich verstehe auch gar nicht, wieso wir diese Dinger tragen müssen. Tragen wir die nicht nur zum Spaß? Nein, an dieser Sache ist nichts Spaßiges. Oh. Bist du sicher? Konzentriert euch! Wir müssen versuchen, irgendwie die Zeit anzuhalten. Die Zeitzauber befinden sich in der supersicheren Starswool der Bärtige-Abteilung. Deswegen schleichen wir uns rein. Aufregend! Ist das lustig? Nein, das ist nicht lustig. Oh. Ich verstehe immer noch nicht, wieso sie sich in die Archive schleichen will, um etwas über ihr Geburtstagsgeschenk rauszufinden. Die Luft ist rein. Jetzt schiebt mich langsam durch das Fenster. Ah! Ah, los, bringen wir es hinter uns. Okay, wenn meine Berechnungen korrekt sind, dann müsste die Starswool der Bärtige-Abteilung genau hier sein. Äh, Twilight? Was ist denn, Spike? Sind wir hier nicht reingekommen? Cool! Können wir nochmal durchs Fenster klettern? Das hat echt Spaß gemacht! Ich verstehe das nicht. Sie müsste eigentlich genau hier sein. Wie sollen wir sie jetzt nur finden? Vielleicht sollten wir mal in dieser Starswool der Bärtige-Abteilung nachfragen. Wie konnte ich die übersehen? Seht euch mal all die kostbaren magischen Schriftrollen an. Es sind viel mehr, als ich mir je hätte vorstellen können. Twilight, die Wache! Was sollen wir jetzt tun? Was nur? Hey, Twilight! Wir haben uns ja lange nicht gesehen. Ich öffne dir mal die Tür. Danke! Oh nein! Seht nur, ich sehe genauso aus wie die Zukunfts-Twilight. Das letzte Zeichen hat sich erfüllt. Und das ist schlecht, richtig? Kommt schon! Es ist gleich Dienstagmorgen. Die Katastrophe könnte jeden Moment passieren. Aber wo ist der Zauber, der die Zeit anhält? Hier stehen sicher eine Million Schriftrollen rum. Ich weiß es nicht! Twilight, es ist vorbei! Es ist offiziell Dienstagmorgen! Nein! Dienstagmorgen! Die Katastrophe! Sie kommt jetzt! Ich weiß nicht, Twilight. Es gibt keine Katastrophen. Sieht wie ein ziemlich schöner Tag aus. Guten Morgen, Twilight. Ich mag deine neue Frisur. Also, schönen Dienstag noch. Wieso ist überhaupt kein Pony überrascht, dass ich hier drin herumschleiche? Kann es sein, dass es nie eine Katastrophe gegeben hat? Und dass ich mich wegen nichts und wieder nichts verrückt gemacht habe? Ich verstehe das nicht. Wenn dich die Zukunfts-Twilight nicht von einer Katastrophe warnen wollte, was hat sie dann versucht, dir zu sagen? Das weiß ich nicht. Aber eine Sache weiß ich. Ich sehe echt lächerlich aus. Ja, tust du. Und das alles nur, weil ich die Zukunft einfach nicht sich selbst überlassen konnte. Tja, das wird sich ändern. Von jetzt an löse ich die Probleme, wenn sie sich mir stellen. Und hör auf, mir über jede Kleinigkeit Gedanken zu machen. Das ist toll. Dann trafst du nicht mehr mitten in der Nacht hin und her? Ich trabe nachts nie wieder hin und her. Hätte ich diese Lektion doch nur vor einer Woche schon gelernt, dann wäre uns das alles erspart geblieben. Twilight! Twilight! Ich hab etwas gefunden! Das hält die Zeit zwar nicht an, aber man kann damit in die Vergangenheit reisen. Hier steht, man kann nur einmal für wenige Momente zurückgehen. Hilft das? Pinky, du bist ein Genie! Juhu! Jetzt kann ich zurückgehen und der Vergangenheits-Twilight sagen, dass sie sich nicht wegen einer Katastrophe verrückt machen muss, die nie passieren wird. Twilight, du musst mir zuhören! Wer bist du? Ich meine, du bist ich, aber ich bin auch ich. Wie kann es zwei von mir geben? Das ist wissenschaftlich gar nicht möglich. Du bist wissenschaftlich gar nicht möglich. Twilight, bitte! Ich hab eine sehr wichtige Botschaft aus der Zukunft für dich. Du kommst aus der Zukunft? Genau, jetzt hör zu! Was ist mit dir passiert? Die Zukunft scheint ja furchtbar zu sein. Bitte! Ich hab nicht viel Zeit! Gibt es in der Zukunft vielleicht sowas wie einen furchtbaren Ponystreit? Ehrlich gesagt komm ich vom nächsten Dienstagmorgen, aber das spielt jetzt keine Rolle. Ich kann gar nicht glauben, dass Zeitreisen wirklich möglich sind. Wie hast du... Ich meine, ich. Wie hab ich das rausgekriegt? Die Zauber sind in den Archiven von Canterlot. Aber das ist nicht... Wirklich? Wo? Die hab ich noch nie gesehen. In der Starspool der Bertige-Abteilung. Aber jetzt hör mir endlich zu! Machen Zeitreisen Spaß? Oder tun sie weh? Ich hab ja so viele Fragen zu... Ich muss dir etwas extrem Wichtiges über die Zukunft sagen und ich habe nur noch ein paar Sekunden Zeit dafür. Also hör jetzt zu! Was auch immer du tust... Mach dir bloß nicht... Andauernd... Sorgen. Nicht zu fassen, dass das schon wieder passiert ist! Hast du ihr von dem coolen Geburtstagsgeschenk erzählt? Letzte Woche ist doch die Zukunfts-Twilight zu mir gekommen, um mich vor etwas zu warnen. Tja, das war ich, die versucht hat mir zu sagen, dass ich mir nicht so viele Sorgen machen soll. Jetzt werde ich die nächste Woche damit verbringen, wegen einer Katastrophe auszuflippen, die gar nicht existiert! Ach, mach dir keine Sorgen. Das Problem hat jetzt die Vergangenheits-Twilight. Ich schätze, da hast du recht, Pinky. Oh! Mein Bauch! Ich glaube, das ist die ganze Eiscreme. Ich dachte, die Bauchschmerzen wären das Problem des Zukunfts-Spikes, aber... Jetzt bin ich leider der Zukunfts-Spike! Komm schon, Zukunfts-Spike! Bringen wir dich schnell nach Hause!